Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Super Smash Bros. Bro. Habe ich hier meine Batterien? Ja, es kann immer noch sein, dass meine Batterien gleich leer gehen können. Aber solange die noch laufen, laufen die auch noch. Und wir gehen jetzt in die Höhle. So, da sind wir alle in der Höhle. Wir nehmen natürlich wieder den guten euren Kirby, nehmen danach den Link und danach den Pitch und danach den Mario. Mein Schliefvater spielt gerade Schalkzeug. Es kann sein, dass er das im Hintergrund hört, aber das ist mir auch gerade vollkommen egal. Okay. Und Kirby gefühlt schon tot. Oh oh. Oh oh, Kirby war ich. Oh Gott, Kirby. Goomba's. Goomba's. Okay. Oh, den will ich noch töten. So. Jeder Goomba muss sterben. Irgendwann. Oh, Paracoupa's. Alter. Ich kriege gerade ein bisschen... So viel aufs Maul. Alter. Ist das euer... Alter. Und das mit Kirby. Mit dem Mann, mit dem ich so gut spielen kann. Kirby, nicht verrecken. Tu mir nicht verrecken. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Fuck. Jugumba. Okay. Wir leben noch. Solange wir leben, ist alles gut. Okay. Schön, dass wir somit gerade... Hilfe! Oh mein Gott! Lauf, Link. Lauf, Link. Ey, den hab ich ja mal sowas von gar nicht gesehen. Den hab ich ja mal sowas von gar nicht gesehen. Das hätte ich nicht wissen können. Oder habt ihr das gesehen? Ist mir egal, beeil dich einfach nur. Oh. Hast du einen Ohren? Nein! Link! Link! Nein! Link ist tot. Ey, ich kann mich an das Level aber auch gar nicht mehr erinnern. Generell an die letzten Level kann ich mich wirklich null erinnern. Okay, das nehm ich mit. Oh, ich kann nicht das ja mal gebrauchen. Oh. Ja, ich sollte sehen, wo das Loch ist. Oh, ich weiß. Nein, den. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Ich verreck hier tausend Tode. Warum hält der? Ich bin tot, weil der Marius sich einfach denkt. Nö, ich halte mich nicht fest. Wow. Der Part geht drei Minuten. Und ich bin gestorben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alter, wie schnell kommt der denn da runter? Ich dachte, ich schaffte das. Oh, pass. So, jetzt. So, Baseballschläger. Jetzt bekommt ihr alle auf den Maul. So einfach. Jetzt gibt es keine Gnade mehr. So, wo seid ihr? Okay. So. Scheiße. Egal, ich will eigentlich weg damit. Ich will das hier. Yay. Hat ja super getroffen. Und schnell runter. Und schnell runter. Scheiß auf die Gegner. Und schnell hoch. Gut. Das sieht doch schon viel besser aus. Ich warte. Ich warte, bis das wieder hoch geht. Weil da war, glaube ich, noch so ein Secret, ne? Nicht mehr. Danke. Danke. Mit Kirby schaffe ich das. Nein. Oh Gott. Ich warte gerade. Oh. Ein Hammer, Bruder. Nice. Ein Hammer, Brudi. Okay. Ja. Seid ihr denn des Wahnsinns? Seid ihr denn? Seid ihr denn des Wahnsinns? Ja. 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 Ich habe einen Panzer. Legt euch nicht mit mir an. Oh. Oder auch nicht. Okay. Wer ist der Nächste? Ihr da. Und BÄM! Kerby lebt noch. Kerby lebt noch. Kerby lebt noch. Okay. Okay. Oh, dankeschön. Okay. Probeigen. Knutschkugel. Okay. Okay. Alles klar. Einfach weiter. Renn, 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 renn. BÄM! BÄM! Alles klar. Okay. Nein. Kerby lebt noch. Nein! Kerby! Nein! Okay, ich gebe es zu, das war es mit Kerby. Ja, Link, bist du denn total des Wahnsinns? Ey, da konnte ich jetzt echt nicht viel für. Okay, 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 okay. Pit, enttäusch mich bitte nicht. Stark, Pit. Stark, Pit. Da oben ist eine Tür, aber was ist eine goldene Tür. Ich will durch die goldene Tür, hallo? Pfff! Ich will durch die lege. Okay, ich finde es sehr los, ich bin zu ihm. Ich habe es mit den, in den Wuju, mit den, in den, in den ich, in der, in den, in den, in den oder in den, in den, in der in der, in den, in der, in der, in, in der, in den, die, in der, in der, in der, in der, in der, in der, in der mene. Die, perdone groß ist! es ist ja aber die hausen und willkommen in hammer bruder dann rob 64 aus darf so sollt und den link aus der legend of selda Und eine neue Bombe wurde gelegt. Und eine neue Bombe wurde gelegt. Ich fühle mich blind, obwohl ich das schon so oft durchgespielt habe. Warum kann ich mich denn an gar nichts mehr erinnern? An die ersten Level konnte ich mich noch alle erinnern, aber dann irgendwann war Ende. Aber umso besser, finde ich. Gefällt mir auf jeden Fall. Ist ein bisschen kürzerer Part, aber das Projekt geht ja auch gar nicht so lange. Ich denke, so lange wird das auch nicht mehr gehen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Fall wieder ein. Wenn wir in die Ruinen gehen, das würde mich sehr freuen. Und nächster Tag bis dahin. Tschüss.